ja hallo zusammen ostermontag 2017 das wetter ist so lala und wenn man gerade schon mal die beleuchtung und das stativ aufgebaut hat dann kann man doch noch einen kurzen clip hinterher drehen der paragraf 42a der wird scheinbar in unserem land immer bedeutender zumindest für einen großteil der messer sammler szene der messer fans mittlerweile machen sich immer mehr leute gedanken darüber die händler die hersteller reagieren es gibt immer mehr klapper mit einer attraktiven optik attraktiven materialien rick hinderer bringt gerade sein xm 18 3 zoll modell in einer slip joint variante auf den markt das wird wohl irgendwann in den nächsten wochen erscheinen und es passiert einiges und wir sind natürlich als fans schöner schneit waren immer darauf bedacht dass wir zum einen dinge haben die uns persönlich was bedeuten sei es wegen ihrer herkunft sei es wegen der geschichte die sich um ein bestimmtes modell rankt oder wie auch immer es kann auch sein dass es einfach und dann an den materialien liegt dass wir bestimmte messer haben wollen jedoch habe ich so den eindruck gewonnen den letzten monaten vielleicht im letzten jahr dass das thema rechtssicherheit ein immer größer werden das ist entsprechend gab es auch immer mehr diskussionen es kamen wieder gerüchte auf dass jetzt auch die flipper verboten werden und hast du nicht gesehen also die wildesten dinge passieren und ja irgendwie macht man sich so seine gedanken und das wollte ich dann noch mal zum anlass nehmen ein paar meiner 42a konformen folder vor die kamera zu halten vielleicht als tipp vielleicht als kauf empfehlung wie auch immer einfach mal meine top 5 der 42a konformen folder aktuell also stand mitte april 2017 noch mal vorzustellen zu den top 5 gehört das ankermesser bei mir nicht ich habe es hin und wieder mal dabei aber relativ selten das muss ich gestehen das ankermesser ist für mich ein wunderschönes messer zum anschauen hin und wieder mal fotografieren ein kleiner klassiker genau wie das merkator da bin ich froh dass es in meiner sammlung ist aber ich nutze es relativ selten also das gehört zu nicht zu meinen top 5 ich möchte es trotzdem ganz gerne im bild liegen lassen denn es ist hundertprozentig eine empfehlung wer also in 42a konformen klapper sucht made in germany der dazu noch eine geschichte hat der ist mit dem ankermesser bestens aufgestellt ja was möchte ich denn als erstes zeigen nein in victorinox ist es auch nicht was ich euch heute zeigen möchte kommt zweimal ist das richtig zweimal das ne dreimal aus den usa und zweimal aus frankreich jetzt haben wir es anfangen möchte ich mit dem messer was ich gerade in einem extra video vorgestellt habe deswegen ohne lange vorrede das great eastern titi cutlery boys knife wunderschöner kleiner folder grünes mikata 1095 high carbon steel klinge klingenlänge große klinge 60 mm kleine klinge 44 mm ist noch eine pen blade dabei bei dem mittelspitz beide mit einer swage deutlich ausgeprägter bei der großen klinge long pull an der großen standard nail nick an der kleinen klinge wunderbar verarbeitet und für den aufgerufenen preis von etwa 100 euro bei tools for gents meiner meinung nach für das gebotene nicht zu teuer damit möchte ich das schon bewenden lassen messerchen nummer eins ist damit schon abgehakt und ich werde jetzt einfach mal ich glaube ich gehe heute der größe nach und nicht irgendwie im preis aufsteigend ja ich glaube das mache ich nur zwei da lässt sich wahrscheinlich trefflich streiten ob es denn tatsächlich 42a konform ist weil man es ja mit etwas geschick mit einer hand aufbekommt experten haben es jetzt am geräusch wahrscheinlich schon erkannt ich mache es noch mal chris reeve nandi in der version coco bolo ihr seht schon ein ganzes stück größer als das td youth dennoch natürlich immer noch ein kleiner folder gar keine diskussion vielleicht das gentleman taschenmesser schlechthin für mich ich berufe mich dann darauf die auf den das war glaube ich kein zusatzparagraph sondern eine ergänzung zu den paragrafen dass es nicht am persönlichen geschick des einzelnen festgemacht werden darf ob ein messer unter den paragrafen 42a fällt oder nicht ich kann viele taschenmesser auch ein opinel kann ich mit einer hand öffnen das sind trotzdem baulich bedingt keine merkmale vorhanden dies zu einem einhandmesser machen sei es ein klingendurchbruch also ein loch noch ein pin noch ein flipper dementsprechend glaube ich wenn man sich nicht allzu dumm anstellt ist man mit dem dann die noch auf der sicheren seite und entsprechend kommt dass man die in meine top 5 ja was nehme ich jetzt als nächstes ja jetzt kann es mir passieren dass ich mit der größe ein bisschen falsch liege mit der einschätzung ich habe es vorher nicht kontrolliert gerade spontan entschieden dass ich so machen werde also riskiere ich einfach und zeige euch als nächstes mein northwoods knifes madison barlow seit dem sommer 2016 seit ich es bekommen habe wahrscheinlich das messer von allen mit der meisten hosentaschen zeit wenn ich alles zusammen rechne ja das müsste bis jetzt das sein was am häufigsten in meiner hosentasche gelandet ist ich versuche hier schon mal ein bisschen zu kramen dass ich ein bisschen mehr platz bekomme dass noch zwei darüber passen ja mit etwa 20 zentimetern vielleicht sogar knapp darüber schon ein wirklich ausgewachsener folder auch hier 10 95er carbon stil auch ein long pool auch eine switch das heißt optisch definitiv vergleichbar mit dem kleinen boys knife wenn wir auch oben dann so die typische ja sod buster klinge haben während wir unten an den mittelspitz haben dazu hier denn im mikata hier ist es green canvas mikata oder was linnen ich glaube es war ja es war linnen audi green linnen mikata also leinen mikata hier oben ist das canvas mikata mikata gehört mittlerweile wirklich nicht nur zu meinen lieblings materialien es ist mein definitives lieblings griff material punkt und ja da haben die zwei dann auch keinen so geringen einfluss daran dass es so ist zumindest das northwards weil es ja nun schon ein bisschen länger bei mir ist also auf nie nicht jetzt habe ich fast gesagt auf dem dritten platz das ist ja quatsch weil es ist keine beliebtheitsskala sondern ich zeige es euch jetzt der größe nach ne also das dritte messer northwards madison barlow gar keine diskussion was die was die konformität angeht hoppla auch hier eins von den beiden ist wieder ein klein bisschen magnetisch lag wieder zu nah lag wieder zu nah der scheide von meinem adventurer von einem bug river adventurer ist aber auch egal wunderbar verarbeitet also hier sieht man schon das wird dann wahrscheinlich auch gc qualität sein war mir jetzt nicht mehr ganz sicher ob die northwards by great eastern hergestellt wurden ich glaube das war so auf jeden fall ganz 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 tolles taschenmesser und ganz ehrlich viel mehr braucht man nicht wenn es tatsächlich so sein sollte dass die beschränkungen irgendwann noch strenger werden dann ganz ehrlich mehr als so ein klassisches barlow in etwas größerer ausführung mit einer robusten high carbon steel klinge ja das ist da ist man auch für die meisten alltagsaufgaben bestens ausgerüstet so das nächste was in meine aktuelle top 5 gehört kommt dann aus frankreich und jetzt bekommen wir wieder das problem dass hier unter dem kunstlicht die farben nicht zur geltung kommen es ist tatsächlich von wird von einigen gedacht es sei schwarz ich versuche es tatsächlich noch mal es ist lila und dunkelgrün und weiß es ist ein taten mikata roland lanier just a little serious also die kleinere version vom why so serious das sondermodell joker aus der why so serious reihe natürlich klar anspielung auf den batman film die farben des joker grün lila und weiß was für ein fantastisches fantastisches messer und gerade zur mahlzeit gerade bei einem schönen steak oder was auch immer gibt kaum ein messer was eine bessere figur macht als dieses wunderschön designte why so serious beziehungsweise just a little series das ist mit jetzt weiß ich auswendig nicht mehr ganz kurz mal ich muss mal hinter der kamera der zollstock ist ja auch nicht der hübschesten einer ja 20,8 ungefähr mit 20,8 cm auch kein kleines taschenmesser aber es ist wirklich deutlich kleiner als der große bruder als das why so serious und überragt das madison barlow hier um einige millimeter beim griff und ich würde auch sagen sogar noch um ein zwei millimeter an der klinge also wirklich kein kleines taschenmesser mit knapp unter 21 cm nur im vergleich zum großen bruder zum why so serious war es dann tatsächlich klein das kam er auf knapp über 23 cm wenn ich das richtig in erinnerung hat ja nummer vier jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich was die fünf ist kommt dann noch ein opinel kommt dann noch ein victorinox nein kommen sie nicht die habe ich in meiner top 5 der 42a konformen folder diesmal nicht drin auf platz eins ja vielleicht der star in der klassischen messerszene des jahres 2016 das le thiers modell von percival in der version weißes ebenholz die amerikaner nennen es black and white ebony ganz klar optisch warum das so ist ich bleibe einfach bei dem begriff weißes ebenholz so wird es vermarktet es ist ein traumhaft schöner folder gegenüber anderen le thiers modellen fast schon modern anmutend trotzdem nimmt er die design-elemente der le thiers modelle auf interpretiert sie etwas neu wir haben eine wunderbare konstruktion wir haben eine tolle verarbeitung wie man es ja im grunde von percival gewohnt ist und das le thiers modell von percival ist einfach nicht nur eine augenweide es ist auch haptisch eines der besten messer dass man so in die finger kriegen kann zumindest aus dem bereich klassische französische taschenmesser also ganz 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 wunderbar ja und das ist dann die kompletierung meiner top 5 der 42a konformen taschenmesser es ist diesmal kein weg alox dabei das uk pk hat mich letztes jahr verlassen das ist dann aktuell auch nicht dabei ich weiß nicht ob das just a little series letztes mal in meiner top 5 dabei war das medicine barlow war es auf jeden fall dementsprechend seht ihr ist auch hier eine kleine rotation drin hier entwickelt sich ein bisschen was hier verändert sich auch von mal zu mal ein bisschen was es kommt was dazu es wird was ausgetauscht es wird auch mal was auf die ersatzbank geschoben wie zum beispiel mein geliebtes le français das habe ich ehrlich gesagt häufiger benutzt als das le thiers aber wenn ich aktuell eine top 5 der 42a konform präsentieren müsste oder was ich ja gerade getan habe dann sind das exakt die fünf die hier vor mir liegen da wäre dann das le français gerade nicht dabei wenn es auch nach wie vor meiner meinung nach eins der besten taschenmesser überhaupt ist viel besser geht es dann glaube ich nur noch nein viel besser nicht aber besser geht es dann wahrscheinlich nur noch mit dem l08 von perceval von denen ich leider keins mein eigen nennen darf also das muss ich auch irgendwann noch mal abstellen also das l08 hätte definitiv noch einen platz in dieser gruppe verdient aber das hier ist im moment meine top 5 der 42a konformen folder plus ein special tipp aus deutschen landen ansonsten haben wir nämlich drei mal usa und zwei mal frankreich auf dem tisch und das ist doch schön wenn ein heimisches messer irgendwie noch mit dazu stößt ja ich hoffe die top 5 sind für euch in irgendeiner form nachvollziehbar wäre nochmal ganz interessant zu sehen was ihr noch so an 42a konformen tipps anzubieten habt sind rein klassische messer sind eher moderne messer auch wenn das dann je hier sehr modern daherkommt dass man dann die vielleicht auch ist und doch trotzdem noch irgendwie klassisch gestaltete taschenmesser mittlerweile gibt es ja den ein oder anderen taktisch anmutenden folder der trotzdem 42a konform ist aus chinesien gibt es da so den ein oder anderen und ja wenn jetzt demnächst dann das hindere slippy kommt wo ich ja wirklich dann schon sehr darauf warte dann gibt es ein bisschen was aus dem taktischen sektor vielleicht hat der ein oder andere da noch was was er mal zeigen möchte was er mal präsentieren möchte und daher mal kleiner aufruf wenn jemand bock hat eine top 5 42a konform ich glaube das hilft der ganzen szene wenn man die dinge einfach mal zeigt einfach mal präsentiert denn ja gelockert wird das gesetz wahrscheinlich nicht mehr von daher müssen wir ja in irgendeiner form damit leben und es ist ja schön wenn wir so damit leben können dass wir trotzdem freude an unserem hobby haben gut in diesem sinne möchte ich es auch für heute belassen ich danke bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen tag wir sehen hören und lesen uns dann demnächst wieder bis dahin bei bei